Ja, grüß euch, hallo! Ich bin's mit euch, Herr Klaus-Michael. Bleibt ready! Wir melden uns heute mit einer Sondersendung von R.F. Salzburg. Dort können die Internten die Demo-Meisterschaften von den Lehrern ausgetragen werden. Oder im Schatten vom Acht-König. Ich sag's euch, die Lehrer. Den ganzen Sommer nichts tun. Und wenn wir dann noch mal den Bauder wegnehmen. Aber schaut euch am besten selber an, was die die ganze Wochen so drin haben. Die Lehrer! Fürs weitere Programm wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend und Gute. Gesuchtet! Ja, weil auch immer hab ich geträumt davon, eines Tages an einem bunten Abend mit Gertschi Angerer und mit Bokeshrobi teilzunehmen. Ja, meine Mutter hat kaum ein Geld gehabt dafür. Ich bin ja immer mit der Freundin, der mit Effekten in der letzten Reihe gesessen am bunten Abend. Da haben wir einen Frotz gezogen, weil wir so viel Spaß nicht erblasen haben. Es ist wie oben zu sein und nach unten zu fliegen. Es ist überall unzufrieden, überall unzufrieden. Wie siebenmal alles zerstören. Ohne es zusammen zu fliegen, gegen etwas zu sein. Ohne es zusammen zu ficken. Es ist viel lieber für immer. Es ist geblieben und dünner. Es verkümmert und schimmert dabei und verkümmert. Aber binnen Sekunden ist es zugleich entfernt. Vorbei und verschwunden. Es flimmert zu weit entfernt. Und danach zu greifen, nicht mehr möglich. Es verschwand so unverzüglich. Wann kommt es wieder zurück? Wann kann es wieder zurück? Zu uns zurück? Wir sind die Schlaubs im Zirkus des Lebens. Alle Träume einzeln. Und sie noch törnet so viel. Du sagst mir noch selbst. Auf diesem blauen Planweg. Und an jeder Fluchtzeit im Regen. Es ist wie der Club die Manege. Das war's jetzt von uns in Derntner mit der Live-Schaltung. Ich bin jetzt weiter im Studio. Mit unserem Experten. Mit meinem Spezi. In Angerau. Gerdschi. Gruß Salvi aus Derntner. Fürthenk. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Klaas Michael plädret ein. Und Spezi und Filmmacher Fideli aus Derntner. Skiheil meine Freunde. Was geht los? Ein Wahnsinn! Schaut sich das an! Applaus! Wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Hände! Hey! Man sieht, das ist die Gruppe. Von Richie. Sie gibt mir alles. Das ist wirklich. Ich bin noch. Ich bin noch nicht. up. Ich bin noch nicht. Man sieht, das ist das. Ich bin noch nicht! Aber ich bin noch nicht. Klaas Michael kreier. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Es ist, dass wir es noch nicht verhaftig sind. Die kleine Jägermeister rauchten einen Joint. Wahnsinn! Wahnsinn, das ist ein wahnsinniges Depot hier. Hier ein kleiner Zwischenstopp. Hui, das ist ein. Alle, alle frei. Hände, höchstens tief! Hände, höchstens tief! Dein Höln nehmt du hier! Bernhard, da gibt's kleine Kommunikationsprobleme, glaube ich. Applaus, Jungen und Wiesen! Gruppe Bernhardt! Und jetzt der Bernhard auf seiner Rote. Ich glaube, hier gibt's noch etwas. Ja, Bara, hier sind sie, der Heimat. Hui! Ja, das ist die Gruppe. Jetzt kommen sie! Mit einem freien Tempo. Sie kommen hier herunter. Ein Schwung nach dem anderen sieht's perfekt. Das ist wirklich! Skifahren vom Feinsten! Jeder Schwung eine Aufweite. Ja, der Stock wird hier umgebracht! Sind sie gerade? Jawääh! Und Sie haben's geschafft! Und die ist 2 Sekunden! So, dass ihr Geburt wird! Das ist wirklich! Das ist die Gruppe von Adi Müllner! Und Sie sind wirklich! Trainiert wie keine andere Gruppe! Adi! Ein besonders harter Trainer! Schaut sich das an! Die Radien! Sie sind wirklich! Sie feilen geschnitten! Diese Vielfalt! Ein Schwungen! Schaut sich das an! Unglaubliche Choreografie! Ein Schwung schöner als der andere! Und hier ist es! Das Höldtempo! Und da sind Sie! Die Silberhelde von Adi Müllner! Unglaublich! Ich weiß Bescheid! Das ist die große, bunte Bahn! Ich schau' nie alles hoch und fau' nicht ab! Sie macht sogar den grauen Himmelblau! Damit die Sonne mit uns lacht! Hier kommt ein super knüller Kampel! Schaut sich das an! Die müssen sogar antrauchen! Denen geht zu langsam! Denen geht zu langsam! Ja, Freunde! Sie sind unterfordert mit diesem Hackerweg! Das ist die große, bunte Bahn! Die schau'n wir sind alle mit dabei! Sie sind unterfordert mit dem Fass! Das wird ein mittels Wasser! Das Liebe geht die Bühne frei! Die große, bunte Bahn! Schaut sich das an! Einmal einen Zwischenapplaus! Wir brauchen einen Zwischenapplaus! Das ist die große, bunte Bahn! Ich schau' nie alles hoch und fau'n wir! Das macht sogar den grauen Himmelblau! Damit die Sonne mit uns lacht! Was kommt jetzt? Hier kommt ein super knüller Kampelbock! Ja, hier hören wir die Schau'n wir! Das tut der Winz, da geht es rott! Da schreck' ich die Bühne durch Ballon! Das ist wirklich! Das ist wirklich! Unglaubliche Show hier! Das ist die Sache! Und wir sind alle mit dabei! Das ist die große, bunte Bahn! 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 Da schreck' ich den Boden wie ein Luftballon! Ja, gut! synthesizei Das sind unsere Stauberler! Schauen Sie sich das an! Ja, das ist wirklich! Schauen Sie sich das an! Schauen Sie sich das an! Die karte Schwinge in Volentum! Warte, das ist sie! Großartig, was Sie hier zeigen! Applaus für uns! Stoppa! Alles riskiert! Alles gewonnen! Sehr gut! Und die Show hier! Das war wirklich! Das war die Glauben! Es geht los! Jawohl, hier sind sie! Und schaut sich das an! Schwarz-Weiss ist hier! Unglaubliche Choreographie hier! Am K-Punkt am Rand von der Tetsch! Und Crash! Noch kein Crash! Ui, ui! Und weiter geht's! Und noch ein Stück runter! Glaublich! Ja, das war! Schauen Sie sich das an! Und hier haben Sie los! Jawohl! Das ist wirklich! Show vom Feinsten hier! Und hier kommen sie runter! Die Atleten! Schwarz-Weiss, das sind sie! Schwarz-Weiss! Applaus für die nächste Gruppe! Gut gegangen! Wir gratulieren euch! 10-10-Tunnel jetzt! Und! Und! Und auf in die Rien! Das ist hier unglaublich! Jetzt ist sie schon besser gegangen mit der Welle! Die nächste Gruppe! Wir sind los! Jawohl! Jawohl! Die 1-2-2-3-4-1-2-3-3-Rket! Wieedgefritig! Gut bewölktmak centrum, nicht anyhow. Also fake lol. Jetzt gibt es Kilpboys, für diese Beine, die 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 Referente, die Frau dort zeigt sich. Ganz bin ich nur noch Platz. Herr Bellang! Und jetzt geht's los! Full Speed! Jawohl, das ist sie! Umgabe des Seelen! Aggressivität! Jawohl, und die Welle! Wo ist die Welle? Das ist euer Applaus! Wahre Welle! Gruppe Klausi! Hier sind sie! Jawohl, das ist wirklich! Auf die Wein! Du musst nicht traurig sein! Wir hoffen, du kannst uns verzeihen! Morgen werden wir Super sein! Ja, das ist ein Stähnchen für unsere Klausi! Hier war's wirklich super! Hier war's wirklich super! Ich glaube, sie haben trainiert! Ja! Für Marie Peter Krauss! Hui, hui, hui! Jetzt geht's los! Du hob ich den Daumen! Auf meinem Fahrrad Kam da ein Mädchen her! Und sie sagte, Das ist die Philips-Gruppe! Ich bedauere dich sehr! Doch ich lachte und sprach! Ich brauch keine weichen Daumen! Und jetzt dreiß ich dich rein! Ein Mädchen Kornfeld Lass es immer frei! Denn es ist Sommer! Und was ist schon dabei? Die Grenzen! Unglaubliches Tempo wird hier gefahren! Wahnsinn! Die Schwindigkeit! Wie man sie hier noch nicht gesehen hat! Auf der anderen Zielhang! Das ist wirklich! Von Feinzner! Hohes Tempo hier wird gefahren! Hoffentlich, da bremsen sie sich da unten! Nicht zu schnell! Ihr seid glaub ich zu schnell! Ruh! 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 Ja, das ist wirklich! Extra klasse! Ruh! 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 Ja, das ist die Philips-Gruppe! Hier wird Philipp gerufen! Wahnsinn, was hier geboren! Oh, da kommt noch einer! Das ist der... ... ... Vielen Dank.